Sandro Wagner selbst hält sich mit Äußerungen zum Transverger-Ich dezent zurück, doch seit zweieinhalb Jahren pendelt der Nationalspieler der TSV 1899 Hoffenheim zwischen Heidelberg und München. Im Winter soll er zum FC Bayern stoßen, München, was ist dran an diesem Mann? Und was ist dran an diesem Gerücht? Fakt ist, dass Sandro Wagner aus seiner Verbindung zum FC Bayern keinen Hehl macht, auch wenn er sich zu den immer wiederkehrenden Spekulationen, er als Ex-Bayern-Spieler, 1995 bis 2008, vier Bundesliga-Spieler, kein Tor, sei beim deutschen Rekordmeister als Neuzugang im Gespräch, nicht äußert.